Willkommen bei JKROSPLAYS. Wir sind mal wieder auf einer Tour. Diesmal soll es eine Lackiererei sein. Wir haben jetzt noch nichts gefunden mit Lackiererei, aber was wir gefunden haben, eine Elektrowerkstatt. Haben wir gefunden. Und ja, jetzt bin ich mal in so ein Gebäude und ein Gebäude soll noch voll mit Gerübeln sein. Da sind wir mal gespannt. In dem Gebäude, wo ich bin, mache ich einen Schnelldurchgang nur. Ein wenig zeigen, weil hier ist sehr viel kaputtgeschlagen und nichts drin mehr. Gut, wer sich mit bleibt dran. So, hier musste ich nochmal das Video kurz unterbrechen. Bin, so wie ihr seht, schon wieder zu Hause. Hab da ein bisschen recherchiert darüber, weil es heißt Lackiererei. Falsch. Es ist keine Lackiererei gewesen. Eine Farbfabrik war das gewesen. Die ist 2008 abgebrannt. Und die Außengebäude, wie Wohngebäude, sind halt noch erhalten. So, da werde ich hier nochmal ein paar Bilder, wie es brennt, vom Internet reinblenden. Könnt ihr die mal sehen, wie es mal gebrannt hat. Und gut, schaut euch das Video komplett an. Lasst ein Like da. Wird mich über jedes Like freuen. Wer mich noch nicht abonniert hat, lasst ein Abo da. Es ist kostenlos. Und jetzt geht das Video los nach dem Intro. So, jetzt habe ich die Kamera umgedreht. Kann man sehen, hier ist alles kaputtgeschlagen. Wir haben ein schönes Haus gewesen. Wir laufen mal kurz da ans Fenster. Da sind wir reingekommen, ganz normal. Da rutsche ich unser Auto. Das ist abgebrannt alles. Ich denke, das hier, was hier abgebrannt ist, war die Lackiererei. Und da waren wir als erstes kurz drin, ohne Kamera. Bis jetzt komme ich nochmal rein für euch. Und da waren ganz viele Elektro-Teile. So Kleinteile, Schalter, so Reimlöden und so. Gut, wenn ich etwas Interessantes gefunden habe, bin ich wieder da. Wenn man hier so reinguckt in dieses Haus, ganz viel Gerümbels. Die anderen sind da drin schon, ich höre sie schon. Da geht es nochmal Treppen hoch. Gut, dann gehen wir einfach mal durch dieses Fenster hier. Wenn ich drin bin, bin ich wieder da. So, jetzt sind wir hier drin. Kann man sehen, lauter Gerümbels, alte Fahrräder da hinten dran. Mir geht es einfach mal dahinter. Hier alle Starkstromstecker. Eine Heizung. Die sieht aber noch nicht so alt aus. Und da geht es, glaube ich, in den Keller. Sehr steil runter. Ach Gott, vielleicht hier Zeugs rum. Wenn ihr das sehen würdet, oder wenn YouTube mit Rieschfunktion wäre, da stinkt Müffelt hier drin sehr. Ja, das ist scheinbar der Haupteingang hier. Lauter Schränke. Alles voll mit Schränken. Kleinkram, Holz, alles Mögliche hier. Kann man sehen. Hier ist auch nochmal. Ach du Scheiße. Liegt hier viel Gerümbels. Aber das muss doch nicht sein. Da oben ist alte Radio eingetreten. Wir sehen noch die Fußabdrücke dran. So was muss doch nicht sein. Nein, da geht es hin. Aber da können wir nicht durch. Wir gehen da zurück und dann durch. Wieder rein. Da geht es auf jeden Fall auch nochmal, glaube ich, runter und hoch. Ach du Scheiße. Hier steht so viel Gerümbels. Hier kann man kaum laufen. Schau dir das an. Ein altes Aquarium. Sorry, ich sage schon mal sorry, wenn das so ein bisschen wackelt. Wie gesagt, ich bin ohne Gimbel heute unterwegs. Und mir kann es ja sehen, hier kann man kaum laufen. Ach du Scheiße. Was Zeugs hier. Ah, das ist Sackgasse hier. Da kann man kaum laufen. Wie man sieht. Dann gehen wir mal hoch. Die Fenster sind noch ganz hier. Hier überall Schrauben. Oh, was Zeug. Es ist doch nicht mehr normal. Alles voll. Hier geht es erstmal hier rein. Ich glaube, das ist das Bad. Guck mal, eine kleine Toilette. Hier. Hier ist eine Waschmaschine aufgeschraubt worden. Und das war mal eine kleine Küche hier. Rundefutter noch zu, die Dose. Und ich gucke mal kurz hier mal auf dieses Datum. Wann das ist. 10.10.18. Also hat hier bis 2018 noch jemand gewohnt. Hier noch Gemüse, Möhren im Glas. Wann laufen die ab? Ich guck mal, wann das Ablaufdatum hier an der Möhren ist. Mindesthalber bis 31.10.2010. Also kann man sehen, ist schon abgelaufen. Ups, hier wieder so alter Schrank. Voll mit Sachen. Und das war das Bad hier. Hier ist alles hinterlassen worden. Hier ist noch alles da. Wenn ihr mal hier schaut, hier steht alles noch da. Aber rumgewühlt hier, alles zerschlagen, ausgewühlt. Schade. Da haben sie die Steckdosen zugesprüht und alles. Die Toiletten da hinten. Schaut euch das einfach an. Das war, glaube ich, ein Wohnzimmer. Hier ist alles kaputt. Hier einen ganz alten Kassettenrekorder. Ein Ofen. Ach du meine Güte. Und überall diese Teppich-Porkisten hier überall. Und da liegen überall diese, hier kann man sehen, dieses Plastikteil. Zu dir, von dir filmen. Oder mir ist eine dir-Projektoren. Da ist das Gerät, um die sich anzuschauen. Da liegt auch eins. Das könnte ein Büro gewesen sein. Überall, überall Kleinkram. Genau das ist ein Büro. Kann man sehen hier. Kann man schön sehen. Und ja, hier kann man sich kaum bewegen. Ich sehe das selbst. So viele Sachen, die hier liegen. Hier nochmal. Hier sind wir ja hochgekommen. Hier liegt auch noch ein Ofen. Gucken wir mal hier rein. Da liegt ein Schlafsack, glaube ich, ist das hier. Ja, das ist ein Schlafsack. Und überall diese Teppich-Porkisten. Da oben auch, haben wir schon gesehen. Kassettenalte. Hier wird kräftig rumgewühlt. Hier in irgendwelchen Tipp-Porkisten, wo Schrauben und so Sachen drin sind. Altes Haugummi. So, dann gehen wir nochmal eine Etage hoch. Hier liegt alles voll mit Schrauben. Tausende, aber tausende Schrauben hier. Ah, das ist der Dachboden. Und der Dachboden ist genauso vollgestopft. Kann man schön sehen. Ach, du Scheiße. Eine Werkzeugtasche aus Leder. Hier elektrofernsteuernde Autos. Ganz alte. Kann man schön sehen. Hier unten auch nochmal Terrarium. Tabletten. So viel Gerümbels. Man kann kaum laufen hier. Alles voll mit Gerümbels. Hier alte Steckdosen. Schränke. Alles drin. Ich gehe mal raus. Mir geht es mal kurz noch hier rein. Dann zeige ich euch mal die Elektrowerkstatt. Genauso hier. Da gehen wir jetzt nicht rein. Aber hier kann man es sehen. Von einem LT, VW, Motorteile, die Front. Und es ist so viel Müll und Gerümbels hier drin. Das kann man nicht vorstellen. Hier auch. Hier steht leider Wasser. Aber wenn man gucken kann. Alle voll mit Terrarium und Aquarium. Wie als das vielleicht mal so ein Zuchtier war. So, wir laufen jetzt mal schnell da durch. Und dann könnt ihr das mal schauen. Wie gesagt. Ihr könnt euch sehen. Sehr viel Zeug hier. Wieder ein Aquarium. Sehr viel Gerümbels hier. Das ist schon heftig. Also wenn man das ausrahmen muss. Dann ist man da Jahren beschäftigt damit. Da gehen wir jetzt mal nicht rein. Aber da ist auch alles voll. Kann man es sehen. Ein Autoradio. So, jetzt gehen wir mal die Elektrowerkstatt. Hier kann ich euch zeigen. Und in den 80er Jahren. Ein Pornofilm. Muss ich leider unten verdecken mit dem Schuh. Und da geht es noch rein. Toiletten sind da glaube ich nur genau. Ein kleines Bad ist das hier. Und da hinten ist nochmal die Firma gewesen. Jetzt gehen wir mal hier in die Elektrowerkstatt. So, wie man es sehen. Hier fängt es genauso an. Alles vollgestopft mit Zeug. Hier leider alles wieder kaputt geschlagen. Und hier kann man es sehen, leider. So Sachen zum Einlöten. Hier ist alles wirklich voll mit so Sachen. Wie als es in der Elektrowerkstatt war. Kann man ja schön sehen. Und hier so Elektrowerkstatt. Kann ich leider nicht sagen, was das ist. Hier noch so Schubladen. Hier ist überall Elektrogram. Kann man es sehen hier. Ich könnte mit sowas nichts anfangen, weil ich habe keine Ahnung damit. So, jetzt gehen wir weiter hinter. Hier stinkt es so wie nach Pinkel. Nach Katzenpinkel. Wie gesagt, hier kann man sehen. Alles wieder Elektrosachen. Und hier stinkt es wie Katzenpipi hier. Der Raum habe ich vorhin gesehen, vorhin ich gefilmt habe. Das finde ich mega geil. So eine Wohnung hätte ich gerne mit sowas hier drin. Akten. Riese Elektrosachen mit riesen Elkos dran. Und jetzt kommen wir leider auch in einen Abteil, wo das Zerfall von der Natur wieder geholt wird. Weil oben tut es ja, das hat ja gebrannt. Deswegen auch so grün hier. Und das ganze Wasser kommt hier rein. Hier von Dracuccia. Das ist so viel Zeug hier. Kann man schön sehen. Auch eine Werkstatt gewesen. Hier eine Angel. Und hier ein riesen Staubsauger. Der geht mir bis an die Brust hoch. So groß ist der. Hier kann man sehen. Hier fällt alles sammeln. Fault alles. Der Balken ist auch schon durchgebogen. Also der brecht auch irgendwann durch. Da hinten ist, denke mal, das war eine Schmiede. Von der Abzugslufthaube da oben. Sieht aus wie von einer Schmiede. Wie gesehen kann man sehen. Hier ist alles kaputt. Und verfault. Wenig Sachen verbrennt. Da hinten ist alles voll mit so Holzkisten. Kann man ja schön sehen. So alte Holzkisten. Hier ist ein Zebra. Bremobil. Ja. Und hier. Das habe ich folgend gesehen. Das kenne ich noch. Von Anfang der 90er Jahre habe ich genau dasselbe. Fernsteuerndes Auto gehabt. Ist aus Metall. Kann man sehen. Ist auch gerostet. Das war mal ein Feuerwehr. Da ist die Fernbedienung dazu. Liegt noch hier. Hier alles voll mit Nieten. Der ganze Boden ist voll mit Nieten. Nägel, Nieten. Hier gibt es alles. Und hier war definitiv eine Werkstatt. So. Wenn ich draußen bin bei der anderen und habe was gefunden, bin ich wieder da. So. Jetzt bin ich weiter in den nächsten Gebäuden. Hier ist, das habe ich erzählt bekommen, soll eine Praxis gewesen sein. Also es könnte vielleicht was sein, weil hier sowas ist und eine Liege. Ich denke, was das eine Zahnarztpraxis war. Wegen sowas hier. Und hier sieht es aus, als da frisches Blut noch drin wäre in der Leitung hier in dem Schlauch. Ja, das sieht so aus wie eine Praxis hier war. Gut, dann gehen wir mal weiterschauen. Hier ist irgendein Helm mit Polizei Hessen steht drauf mit so einem Blinkding. So. Hier ist es nicht mehr so viel Müll, aber auch leer. Vielleicht war das ja wirklich hier mal eine Praxis, wo ich jetzt bin hier. Oder auch nicht. Nee, hier war auch keine Praxis. Hier war mal eine Küche, kann man schön sehen. Da oben ist auch noch was, aber da komme ich leider nicht hoch. Nicht mit der Kamera und Taschenlampe in der Hand. Ja, alles leer hier. Zimmer. Okay. Hier war irgendwas, ich kann euch nicht sagen, was es ist. Die Fässer sehen auch nicht so alt aus. Hier auch noch so Fässer. Ist das wie das Heizöl war? So, jetzt ist es immer noch weitergelaufen. Ja. Jetzt haben wir hier ganz viele Medikamente gefunden und so Sachen, wo ich sage, es war eine Axtpraxis. Warte, mach mal auf. Weit, äh, Dings, so. Könnt ihr mehr sehen. Ich mach die Lampe nach oben. Hier kann man ja schön sehen. Die ganzen liegen und überall Spritzen, Medikamente, wo noch voll sind. Hier so Spritzen. Alles Spritzen, die sind alle voll hier. Hier noch mehr Spritzen. Medikamente. Die Dinger sind noch voll. Randvoll. Ich weiß nicht, was das ist und für was das ist. Hier überall, kann man sehen, Schränke weiß, Medikamente, äh, Geräte. Da hinten, da, wo ich draufleucht, das ist sogar ein EKG. Hier auch noch mal sowas. Und das ist doch Hammer. Warum? Ich weiß nicht. Hier nochmal, wo man den Arm drauflegt. Kann man schön sehen. Hier auch noch mal irgendwelche, ich muss mal kurz so machen. Irgendwelche, keine Ahnung was das ist, Spritzen oder was. Puls Messgerät, ein altes. Hier kann man es sehen. AOK-Karten, da mach ich nicht so nahe wegen den Namen. Oder, DAK-Karten sind das, Krankenkarten. Hier kann man auch sehen, so Sachen hier. Können wir noch gut nehmen für Corona hier. Das ist nicht mehr normal. Wenn ihr das mal seht hier, was für Zeug hier ist. Das ist, tschö. Ja, so, dann gehen wir mal weiter gucken. Gehen wir noch mal weiter. Das Video wird elle, elle, elle lang. Kann man sehen hier. Rezepten, alles. Hier gibt es alles. Und was ich komisch finde, überall diese Terrariums, so kleine Terrarium. War das vielleicht ein Labor. Hier noch mehr so Spritzen. Vielleicht war das hier auch ein Labor. Was das gerade in Arztpraxis war. Was das ein Labor war, weil da kann man es sehen. Ich gehe mal näher. Auch wieder so ein kleines Terrarium mit Sachen drin. Das ist der normale Haupteingang, weil der ist zu. Wir sind hier durchs Fenster rein. So, jetzt haben wir noch was gefunden. Hier ganz viele alte Autos. Ein alter Porsche. Leider abgebrannt. Ein Jeep weiß leider nicht, was wir eines sein können. Wenn es hier einer von euch weiß, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Hier hat ein Mini in abgebrannte. Leider komplett abgebrannt. Ein Mini. Ein Motorrad. Desto sieht so Karmann Gear aus. Könnte auch einer gewesen sein. Golf 2. VW Käfer. Fiat 500. Genau, das war ein Karmann Gear. Hier kann man es sehen. Hinten am Heck hier. Schade um das Auto. Alles abgebrannt hier. Da muss auch, das war auch irgendein Jeep. Das kann Chio Key gewesen sein. Weil hier kann man auch ein bisschen erkennen. Ja, leider alles abgebrannt hier. So. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wie gesagt, könnt ihr gerne mal hier in den Abos reinschreiben, was für ein Auto das war. Und so andere diverse Sachen, die es euch gefallen hat, wie die Qualität von der Kamera ist. Würde mich sehr freuen. Wer mich noch nicht abonniert hat, abonniert. Es ist kostenlos. Bis zum nächsten Mal.